Kommt es diesen Winter zum Blackout? Diese Frage ploppt seit Wochen irgendwie ständig auf. Und auch immer mehr Menschen machen sich mittlerweile tatsächlich Sorgen, dass es diesen Winter zum großen Stromausfall kommt und wir alle im Dunkeln hocken. Aber wie wahrscheinlich ist so ein Blackout wirklich? Und wie könnt ihr euch auf so einen Extremfall vorbereiten? Das klären wir jetzt in diesem Video. Wir steuern ja langsam aber sicher auf den Winter zu. Das ist die Jahreszeit, in der es kalt und schneller dunkel wird und wir alle auch deutlich mehr Strom verbrauchen als sonst. Tja, und diesen Winter kommt noch dazu, dass einige, um Gas zu sparen, Heizlüfter oder Radiatoren benutzen und die verbrauchen auch richtig viel Strom. Und genau das, meinen einige, könnte diesen Winter zu einem echten Problem werden und sogar zu einem Blackout führen. Aber fangen wir mal von vorne an. Was ist überhaupt ein Blackout? Wo ist eigentlich mein Lexikon? Achso, Dankeschön. Also, hier drin steht Folgendes. Unter Blackout wird in der Regel ein ungeplanter, großflächiger, länger anhaltender Stromausfall verstanden. Das heißt, ein Blackout ist nicht bloß ein kurzer Stromausfall, der beispielsweise die Häuser in einer Straße betrifft, sondern das ist ein richtig großer Stromausfall in mehreren Dörfern und Städten gleichzeitig, der obendrauf auch noch richtig lange dauert, weil eben das Problem nicht so schnell behoben werden kann. Und mit richtig lange meine ich mindestens mehrere Stunden, oft sogar Tage, an denen der Strom weg ist. So ein großer Stromausfall hätte natürlich heftige Folgen. Ich meine nur, stellt euch vor, was alles ohne Strom nicht funktionieren würde. Ampeln würden beispielsweise nicht funktionieren. U-Bahn und Straßenbahn würden nicht fahren. Das Internet zu Hause würde ausfallen, genauso wie das Handynetz. Also, wer sich jetzt denkt, ach, egal, benutze ich halt mein Datenvolumen. Keine Chance. Fernseher würden schwarz bleiben. Man könnte kein Geld mehr abheben. Tja, und Backofen, Herd und Co. würden eh nicht funktionieren. Also, kurz gesagt, wir wären richtig am P***. Unser gewohntes Leben würde innerhalb kürzester Zeit lahmgelegt werden. Kurz zum Durchschnaufen. Wenn ihr Sorge vor einem Blackout diesen Winter habt, dann kommentiert doch mal unter dem Video mit diesem Emoji hier. Und wenn ihr da ganz gechillt seid, dann kommentiert doch mit diesem Emoji. Ich gucke mir später eure Kommentare an und bin ehrlich gesagt schon echt gespannt, wie ihr das Ganze so seht. Aber sollte es zu einem Blackout kommen, sind wir dem Ganzen nicht einfach so ausgeliefert. Jeder von uns kann sich nämlich ein bisschen darauf vorbereiten. Das, was jetzt kommt, sind jetzt nicht meine persönlichen Tipps oder so, sondern das sind alles Empfehlungen des Bundesamtes für Bürgersicherheit und Katastrophenhilfe. Das beschäftigt sich in Deutschland mit diesen ganzen crazy Sachen, die möglicherweise passieren können. Und es empfiehlt für Extremfälle unter anderem Folgendes. Man soll sich zu Hause einen Vorrat anlegen, der am besten für 10 Tage reicht. Im besten Fall ist dann Hilfe da oder noch besser ist die ganze Notlage überstanden. In diesem Vorrat sollte genug zu essen, aber vor allem genug zu trinken sein. Der Mensch kann nämlich nicht wirklich lange ohne Trinken überleben. Das Bundesamt empfiehlt bei einem 10-Tages-Vorrat, dass man pro Person 20 Liter Wasser einplanen soll. Praktisch ist es auch zu Hause einen Campingkocher zu haben. Mit dem kann man nämlich immer kleinere Sachen kochen. Hilfreich ist es auf jeden Fall auch ein, zwei Taschenlampen zu Hause zu haben. Eine Kurbeltaschenlampe oder eine solarbetriebene sind natürlich ziemlich praktisch. Und ansonsten funktionieren natürlich auch Kerzen. Da sollte man aber nicht die Streichhölzer oder das Feuerzeug vergessen. Empfohlen wird auch ein bisschen Bargeld zu Hause zu haben, weil ohne Strom funktionieren ja die Bankautomaten nicht. Und ganz wichtig, man sollte zu Hause ein batteriebetriebenes Radio oder ein Kurbelradio da haben. Über die Dinger bekommt man nämlich die Information, wenn alles andere nicht mehr geht. Das waren jetzt nur einige der Empfehlungen. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zur ausführlichen Liste des Bundesamts. Aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass es tatsächlich diesen Winter hier bei uns in Deutschland zu einem Blackout kommt? Diese Frage habe ich der Bundesnetzagentur gestellt. Das ist die Behörde, die hier in Deutschland für das Stromnetz verantwortlich ist. Die haben gesagt, langanhaltende und flächendeckende Stromausfälle, also Blackouts, können nie vollständig ausgeschlossen werden, sind nach Einschätzungen der Bundesnetzagentur aber weiterhin sehr unwahrscheinlich. Dass Experten Blackouts jetzt nicht komplett ausschließen, liegt daran, dass zum Beispiel auch Extremwetterereignisse, wie die Flut letztes Jahr im Ahrtal, auch einen kompletten langen Stromausfall verursachen können. Und sowas kann ja leider nie ganz ausgeschlossen werden, aber so richtig wahrscheinlich ist es eben auch nicht. So, Frage an euch. Habt ihr jetzt vor, euch zu Hause einen Vorrat anzulegen oder habt ihr vielleicht sogar schon einen? Schreibt mir auch das gerne direkt unter dem Video in die Kommentare. Und nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und damit sage ich, bis zum nächsten Mal.